Kett, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawoll, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu lehren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschickt bereit. Das sind unsere Soldaten. Geben wir den Feuerschutz. Wir müssen sie schützen. Wir müssen sie schützen, Kanz. Wir halten sie die Fenster da im Auge. Einsatz bereit! Über diese Stellungen! Aktion voraus! Hallemann, bereit halten! Bereich gesichert! Anton 1 an Oberkommando! Schienen sind frei von Falten! Gute Arbeit, Anton 1! Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance! Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie! Auf zur Hauptstraße, Katz! Geh holen! Schöne! Ziele gehen vor! Die Panzerung hat gehalten! Sie zerstört! Gute Arbeit! Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten! Wie stark sind Ihre Verbände? Das spielt keine Rolle! Sie sind uns nicht gewachsen! Links auf der Straße! Zerstören wir Ihre Verteidigungen! Die Amerikaner laufen davon. Stefan, hab ich Angst gemacht, hä? Alle verletigt. Artillerie! Anton 1, schalten wir die Artillerie-Stellungen aus dem Hauptplatz aus. Ich wiederhole, alle Artillerie-Stellungen würden Sie bestätigen. Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl! Oberkommando hier Anton 1, Befehl bestätigt. Wir rücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren. Wir haben hier ne Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist die Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Aus mesures beendet. Man selber ein Zeug tengan Neuseнако sein. Kein Deutschland. Nuevorg然, wie es ihm gehen muss. Oh! Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Das müsste die letzte Artilleriestellung gewesen sein. Was war das? Wir brauchen Deckung! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze Hartmann! Kertz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Drängen Sie sich gefälligst! Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Ja, ich werde sagen. Spannende Musik Schaut mir leid, es ist ziemlich hotlich hier. Verdammt. Scheiße, die Panzerung gibt nach. Scheiße, die Panzerung bricht. Unsere Panzerung wird schwächer. Gut, Kerz, legen Sie los. Komm schon, komm schon. Wie kommen Sie voran, Kerz? Nur noch eine Sekunde. Das Ziel ist erledigt. Keton! Scheiße! Unter der Lenkung, Pipeleiter aus! Doch, eine Treffer überleben wir nicht. Wollen Sie, wofür die aufgebildet wurden?